Mein Arbeitgeber ist die Justizbetreuungsagentur. Sie ist der Personaldienstleister der österreichischen Justiz in fünf verschiedenen Geschäftsbereichen. Das bedeutet, sie schreibt für die Justiz auftragsbasiert Stellen aus. Bei der Justizbetreuungsagentur gibt es verschiedene Bereiche. Es gibt Amtsdolmetscherinnen, dazu gehöre ich. Es gibt Experten. Im Strafvollzug haben wir natürlich auch Personal, Familien- und Jugendgerichtshilfe und Kinderbeistand. Als Bereichsleiterin der Familien- und Jugendgerichtshilfe bin ich zuständig für unsere sechs Standorte in Oberösterreich und in Salzburg. Und wir bearbeiten Aufträge der Familiengerichte in Fragestellungen im Bereich der Obsorge- und Kontaktrecht. Und in der Jugendgerichtshilfe führen wir Jugenderhebungen und Haftentscheidungshilfen durch. Ich bin bei der Justizbetreuungsagentur Amtsdolmetscherin. Das heißt, ich dolmetsche und übersetze. Ich dolmetsche in Verhandlungen, in Gerichtsverhandlungen, aber auch bei Sachverständigen, wenn sie ihre Gutachten erstellen. Ich bin Wohnbereichskoordinatorin oder Stützpunktkoordinatorin. Ich habe die Organisation von knapp 30 Pflegekräften über. Ich bin Kinderbeiständin und arbeite mit Kindern, die in Obsorgeverfahren, Bescheidungen in einen Konflikt geraten und vertritt die Interessen und Wünsche von den Kindern. Ich arbeite als IT-Leitbedienerin im Justizzentrum Leon. Von dort aus verteilt sich aber mein Aufgabengebiet auf die Sprengel-weiten Gerichte. Das heißt, ich habe auch sechs andere Gerichte, wo ich hinfahren muss, wenn es Probleme gibt. Benefits, die ich als Kinderbeiständin habe, ist die Arbeitstagung einmal im Jahr, wo zu bestimmten Themen einfach referiert wird und wir uns auch alle gemeinsam einmal treffen. Aber auch Fortbildungen oder kostenfreie Supervision. Großes Benefit sich ist Homeoffice, weil das ist einfach flexibel. Ich habe eine Tochter und das lässt sich vereinbaren mit dem Familienleben. Das funktioniert recht gut. Wir haben ein super Arbeitszeitmodell am Standort bei uns. Als besonderes Benefit der Justizbetreuungsagentur darf ich die sechste Urlaubswoche nennen. Diese kann jede Kollegin oder Mitarbeiterin in Anspruch nehmen, die bereits zehn Jahre hier tätig ist und das 43. Lebensjahr vollendet hat. Hier an dem Standort der Justizanstalt Aston haben wir auch die Möglichkeit, seit neuestem, dass wir Massage konsumieren für eine halbe Stunde und es gibt da wöchentlich die Möglichkeit, dass man an Yoga teilnimmt. Die Justizbetreuungsagentur ist ein verlässlicher Arbeitgeber, welcher persönliche Anliegen und persönliche Bedürfnisse, die wir als Mitarbeiter haben, sehr ernst nimmt und jedenfalls auch bestrebt ist, Lösungen für die einzelne Person zu finden.